ARD Text im Auftrag von Funk Wie mir ist nischt Nischt Na selten Das letzte Mal hatte ich ja auch Ganz kurz mal Hm, es gibt einen zweiten hier Gucken, ob da gleich wieder jemand kommt Das stimmt Ne, du musst treffen, bestimmt den Wurzopf Wieder da oben drauf Ich hab keinen, hat jemand Schlange? Ähm, nein Wo oben drauf Dann geh ich drauf Genau, du bist alt Genau, wollt grad sagen Sollen sie die Oma tüten Aber sie schlägt Mit sehr junger Stimme Ja, ja Ja Ich will hier runter Einmal zu Die Sreibe So Die Stimme ist eigentlich echt ein bisschen zu jung, ne? Ja Wollen sie noch eine weitere? Opa, hat jetzt was? Na, da tun sie natürlich dann gleich wieder Händchen Hände, Hände, Hände Hände, Hände, Hände Hände, Hände, Hände Hier unten Hier unten Hier ist eine Kasse übrigens, ne? Also zeigt mir zwar nichts an, aber ich hab kleine Ruckler Ich mach hier mal das Das rote Fass dicht Nur mal so Als Vorbereitung Okay Oh, die Ruckler nerven Moment Moment Ich kann wieder hingehen Oh, ich kann wieder hingehen Und sprechen Schatten Ich ringe fest Ich auch Kann nicht sein Papa, zieh den Bauch ein Das ist ja noch ein rotes Fass Ich mach hier noch mal ein rotes Fass dicht Falls hier auch noch mal jemand durch will Wer weiß, vielleicht geht hier auch noch jemand anderes hier lang Oh, wo bist du denn? Oh, noch ein rotes Fass Ei, ei, ei Hier würde ich nicht wieder lang gehen Na ja Ist denn der Ausgang? Achso, gleich klar Brauchst du das? Nein, das waren die Dosen Hinten uns läuft was Wenn das nicht ich? Ne Ne, ich hab Kürbel gekonnt Versuch sie gerade zu umgehen Oh, wirft was Sticht nicht weit genug Einer tot Noch einer tot Sehr schön Aber einer ist noch einer, oder? Ich weiß nicht Ja ja Was hier Ach, schade Ich wollte ihn doch abstechen Ich bin doch Romero, Junge Na komm, du scheißweg Wo bist du? Oh, ne Neuempfang Wo ist denn der Typ, den ich mit dem Bogen hab? Wo war denn der Erste? Ich nicht Ach hier Ja man, Pfeil zurück Schieß von da Wollen wir die abfangen? Ja Wollen wir lieber Als wenn wir dann Mit dem Pilz festhängen lassen Ich sehe aber nix Ich sehe aber nix Ich sehe und rüber nix Ach, auf dem Ich gibt's ja aber noch den anderen, ne? Hm Ich zieh mich weit weg Nur so weit ist fast gar nicht Also von mir aus nicht Da oben drinnen, das eine Ja Da hab ich auch gerade die blöden Fledermäuse gestartet Okay, einer von denen hat auf jeden Fall Silencer Ist durch Und irgendeiner ist gestorben Und wird angezündet Hm Ja mal etwa ping da drüben da wussten sie da läuft dann da kommt der andere beide hübschen einer ist genau hier dahinter das tat weh ja aber wenn wir die haben dann müsste es gewesen sein wobei ich nur zwei gesehen habe, habt ihr mehr gesehen? nein hier ist leichter oder was? nicht ach nee direkt vor mir ja stimmt ja recht ah mich sieht doch natürlich nicht aus es ist doch noch einer mehr ich muss mich in den Laufgang nehmen einer weg nicht schlimm ich muss mich überzeilen ich will nicht wieder an derselben Stelle pieken rüber gelaufen ja ja der eine steht wieder mhm das könnte wohl Niko gewesen sein sind beide hier hinter einer ist was direkt vor uns aber alter der andere steht auch wieder ist auch hoch gelaufen jetzt was ist noch hier? mhm auch der Käfer noch was jetzt? oh irgendwo hier da das ist ja scheiße fucking Käfer würde ich gerne pingen aber ping mal den Käfer genau pick mal den Käfer sehr schön wieder ran sehr schön der liegt da halt im Auge steht wieder voll live wahrscheinlich sind drei mhm ich gehe mal so einer ist direkt dahinter ja es sind zwei hier wahrscheinlich mhm mhm ja es sind zwei hier wahrscheinlich mhm einer weg hat hier mal ein Schlachtrad geworfen mhm mhm von der Seite jetzt hier mhm einen hab ich mhm ok den hat er noch nicht ah der steht wieder mhm fack mhm mhm fack mhm mhm zwei Schicks hier habe ich habe ich ich glaube den anderen hatte ich ne noch nicht da läuft noch einer links wo von dir aus links ja hier was ja ich habe gerade einen Schritt gehört ja ja oh der hat ein bisschen Hilfe sehr schön ah alle weg ja alle weg ja erst mal zwischen wir luften das mal und dann holen wir die Reine das mhm das muss hier wieder herlaufen haben die nicht so schönes ich will meine die Reine das ja so wir müssen hier drei Team zack sein können wir ja noch beide Bosse machen ne mhm das ist eine schrecklich nette Familie wieder zügig schwach mhm der ist dabei so da oben war einer genau der hat eine Sparks Silencer der andere ist hier der hat ne ne wie heißt sie die scheiß Waffe hier oh mit euch genau die scheiß Waffe ich geh mal gucken ob ich die anderen auch finde waren ja nicht so weit weg stimmt waren die hier oben ne mhm da liegt schon mal einer ja bestimmt rausgebrannt nö 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 beide tot nö so gibt's noch jemanden mehr oder war das jetzt ein Solo hier? nö 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 Könnte sein. Dann machen wir noch mal was. Also oben hast du geguckt? Ja, ja, ne? Ja, ich hab zwei Stickie, sind da alles gut. Ach, hier liegt mal einer. Wo? Beim Ding. Mal gucken. Das hat sich ja wohl schon versteckt. Jetzt wär' ja geilergut. Hätt' gut Geld verdienen können. Na gut. Jetzt aber, Boss. Wenn ich will, will einer schon mal zum, zum, zum... Wollt ihr mal zu den anderen gehen gleich? Ja. Dann machen wir sie parallel. Bei dem mach ich ja hoch zur Begier. Ja. Ich geh schon los. Auf jeden Trophäe müsste ja dann noch trotzdem mal da einer langlaufen. Ja, bei euch ja. Achso, ja, schon. Aber auf der Zeit macht's ja eine andere Person. Aber wär schön, wenn ihr zuerst macht. Weil mir fehlt ja schon ein Knutzen. Nicht, dass der mich erst wegbrennt, bevor ich ihn hab. Warte, warte, ich hab Ruck-Truck gemacht. Hm. Ich hab zwei Stickies, der liegt ja. Ja, es könnte aber sein, dass der ganz beim Gaswerk ist, ne? Dann müssten wir eigentlich doch erstmal zu dir einer von uns. Ja. Hier ist er nämlich nicht. Na, dann ist er ja ein Gaswerk. Ja. Na, dann geh ich doch nochmal zurück. Dann geh ich nochmal in die Mitte rein. Da geht's ja gar nicht mehr. Weg. Ich mag dich nicht. Hey, rennen Sie nicht wegschwimmen, um zu klappen. Ja. 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 Da muss sich die Oma um das Hollenvieh kümmern. Ich bin fast hier allein, ne? So und das. Eigentlich ja. Einmal ist es bisher schiefgegangen. Von, keine Ahnung, 20, 30 Malen. Okay. 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 Kommt auch ein bisschen aufs Ruckeln an, ob das noch so weitergeht. Oder schlimmer wird. Das war nämlich kurz mal gut, jetzt ist es wieder da. Oh, Mist. Gott, dann muss ich ja wieder ganz runter. Hm. Diese Ruckel, die sind ja jetzt gerade übel. Also, so sterbe ich bestimmt. Ich warte mal ganz kurz. Was ist denn das schon wieder so für ein Server hier? Jetzt geht's grad wieder. Ich bin jetzt schon wieder. Kannst du reinlassen? Warte. Äh, nekromant. Oh Gott. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, sagt er. Natürlich nekromant lautscht sich nicht mehr hoch. Warte mal für. Wo willst du hin, Held? Hm? Wo willst du hin? Munition holen. Achso. Oh, hier gibt's Punkte. Also Erfahrungspunkte. Was ist das? Das ist gut. Das ist gut. Oh, hier gibt's einen Punkt. Warte mal. Oh, hier gibt's einen Punkt. Ja, das ist ein Punkt. es ist tolles hier Ich bin vorbei geworden. Eigentlich ist es ja ganz nett, wenn sich die gegnerischen Teams immer mal wieder aufheben, ne? Ja. Ein paar mehr Kills. Nein, meine Ausdauer ist ausgegangen. Oh, ne Kasse. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Entschlossenheit hat er die gedroppt. Braucht keiner, ne? Ne, nö. Das ist ja schön. Das ist ja letztlich Silencer. Hier sieht doch nichts rum, ne? Nein. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Nein. Ich habe jetzt so ein Grunde gefallen, Bruder? Nein. Auch so. Das ist dann vorbei geleckt. Aha. nur punkte von hat auch der sommer weiß ich so nicht an den wagen hier der irgendwo dahinten steht die 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 anderen punkte sind da unten die lebt ja nix mehr ist das passiert nein 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 das ist ja fast schon die gibt es kein fahrstuhl doch jemand jemand noch weiter und dann legt gleich links naja blutlinie blutlinie diese runde war doch mal eine richtig starke erste runde jetzt machte mal an den kopf reset weil das wird nicht wieder vorkommen und das hat geklappt obwohl wir heute noch nicht mal erzählt haben dass ich seit einigen tagen wieder fünfer im märten jetzt hat das erzählt jetzt ist es vorbei ich komme einbauen wir die installierung wird noch verkaufen so ist es so 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 so